In deutschen Großstädten herrscht Wohnungsnot. MieterInnen werden vertrieben, frieren in unbeheizten Wohnungen oder können schlicht nichts Bezahlbares finden. Doch nicht alle leiden. Das Leid der einen ist die Freude der anderen. Denn einige Finanzinvestoren verschärfen die Not mit ihrem Geschäftsmodell und verdienen damit sehr viel Geld. Ihre Privatjets fliegen nach Berlin auf der Suche nach der Superrentität. Hier hinter mir im Hotel Intercontinental findet die Superreturn-Konferenz statt. Da treffen sich Finanzunternehmen wie Blackstone und Carlyle zum Speed-Dating der RenditejägerInnen. Und dabei könnte es auch um deine Wohnung gehen. Viel Nachfrage und wenig Angebot auf dem Wohnungsmarkt bedeutet für solche Private-Equity-Firmen oft Superrenditepotenzial. So haben Finanzunternehmen in der Vergangenheit Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt, was zu Rausschmiss und Mieterhöhungen führen kann. Und das trägt zur Wohnungsnot bei. Wir fordern deshalb Augen auf bei Unternehmen wie Blackstone, Carlyle oder Heimstarten. Denn deine Miete ist ihre Superrendite.